Mutter, ich war gestern beim Doktor, Jung. Sie ist krank. Nutze die Zeit. Früher oder später, sind wir alle dran. Wenn dir nicht mehr viel davon bleibt. Was wird benötigt? Lass uns hinfahren. Sei kein Träumer, Horst. Sieh nicht immer das Jute, wo nix Jutes ist. Eine wahre Geschichte. Horst Lichter. Keine Zeit für Arschlöcher. Sonntag, 20.15 Uhr.